Auf Anordnung des Arztes haben Bruce Springsteen und die E-Street-Band drei anstehende Konzerte in Prag und Mailand verschoben. Diese Entscheidung folgt auf die Verschiebung eines Konzerts in Marseille aufgrund von Springsteens Stimmproblemen. Die Ärzte haben empfohlen, dass Springsteen in den nächsten zehn Tagen nicht auftreten soll. Die betroffenen Konzerte sind der 28. Mai in Prag sowie der 1. und 3. Juni in Mailand. Neue Termine werden in Kürze bekannt gegeben. Springsteen erholt sich derzeit und plant, seine Europatournee am 12. Juni in Madrid fortzusetzen. Dies ist nicht die erste gesundheitlich bedingte Verzögerung für Springsteen. Im letzten Herbst verschob er seine Tourdaten für 2023 aufgrund einer Magengeschwürerkrankung. Trotz dieser Rückschläge bleibt Springsteen optimistisch und will unbedingt auf die Bühne zurückkehren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017